Ja, dann Jetzt gibt's kein Zurück mehr Nein, aber zusammen schaffen wir das Ich bin bereit Verbindung steht Qualität? Tausendstel der Dezimatstelle Muss reichen Dann fangen wir an Ich schalte den Mainframe ein Hansen ahnt etwas Aber er weiß noch nicht, was los ist Bald ist das auch egal Ich sehe es Ihr reagiert Bleibt dran Fast bereit für die Eingabe Der Eisbrecher ist dann für Die Zwangbewerbe Ich danke dir Danke, dass du hier bist Oder? Noch etwas Dann machen wir das nächste Mal Okay, du bist dran Wir sind bereit für die Zugangscodes Okay, Reed verraten Ich halte zu dir Schon krass, dass sie es so fragen Werden auch sagen können Zu Songbird halten Mach ich Und dann? Dann rennen wir Topf hast die Matrix Jetzt die Stadionabwehr Es ist Heftig Ich musste hinter die Blackwall Moment mal Meinst du Das gesamte Stadion? Ich blockiere das Labor Räume uns einen Flugzeug frei Die Verteidigungssysteme Wir greifen gleich Kölz Leute an Gib Alex Bescheid Mhm Okay Schade Ich hab gehofft, ich kann das machen Na? Kann ich ihn noch looten, wenigstens? Oh fuck Oh fuck Okay So me, alles okay So me, alles okay Das Stadion Die Blackwall Nee Oh, ich kann ihn nicht mal mehr looten Ach manch Ist alles okay Wir müssen hier raus Wo? Lass jetzt da oben raus Oh ne Oh ne Vielleicht kann ich ihn ja looten Wenn Wenn wir zu Reed halten Das nur nicht übertreiben Der Mainframe Die Blackwall Hat mich hart getroffen Na jetzt komm Ein bisschen Waffen brauche ich ja schon Wieso lässt er uns eigentlich Waffen hier liegen, ne? Wollen wir Ich weiß gar nicht Wollen wir Schleichen? Oder Ja Schleichen bin ich halt wieder Der Ober genug, gell? Ne Hier habe ich sicher nichts Hier noch vielleicht was Ja Warum nicht in das noch Was ist das? Waffenwechsel mache ich halt nicht so oft Machen wir das mal noch So Dann muss ich die Waffen ausrüsten Also hier oben wieder mal Ah Eine Smart Maschinenpistole Sturmgewehr und Revolver Hier oben mache ich mal Den hier rein Sturmgewehr Hier Zum Glück haben wir die Aufsätze behalten dürfen Ich probiere das einfach mal Ich hab's So Ja warum nicht Einfach mal rein So Schön gemütlich Soll ich hier noch das Schinken Oder das Maschinengewehr Oder das Maschinengewehr Das ziehen der Waffe lädt automatisch 25% Magazin nach Was soll das heißen? Naja Ganz gut Gucken wir mal Was hier Machtbar ist Damit Ne Ich will aber jetzt dann direkt auch Erstmal mit dem Ja warum nicht mit dem Sturmgewehr Wenn wir dafür gelevelt haben Oh Oh Okay Alla Rivalte Schaffen wir es diesmal zu schleichen Schaffen wir es diesmal zu schleichen? Oha Okay ne Natürlich schaffen wir es nicht Natürlich nicht Das Sturmgewehr Das Sturmgewehr ist auch kein Ist auch Einzelschuss Ist auch kein Einzelschuss Naja egal Egal Ich habe jetzt mehr Bock auf den Revolver Ja komm So So funktioniert das doch oder? Na Komm Seid doch mal nicht Ah hier sind meine Sachen Cool Okay Dann Dann Wissen wir jetzt mal wieder wo ist Lizzie 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 Jawohl Hier ist meine süße Lizzie Ich bin Seraph Hm aber das Ist so ein Sturmgewehr Das hier ist besser Das hier ist besser Das ist das was ich ausgerüstet hatte ne Nimm das hier Genau Die Mord lasse ich draußen und der Rest ist ausgerüstet Okay Oh Was Müssen wir hier durch? Ah okay Okay ich mach das Tor auf Ehrlich Ja Dann kann ich sie auch wieder Äh Los Oh man oh man oh man oh man okay Oh man oh man oh man okay Wieso hat denn jetzt mein Grenzenkraft nicht funktioniert? Okay Okay Interessant Sehr interessant Erstmal wieder heilen Hallo Ah das war Murphy Die Mucke ist auf jeden Fall wieder sehr geil So Macht eigentlich Fun sogar mit so nem Ding Hat was zu nem Stromgewehr Meine neu gewordene Mobilität Ich hab sie einfach schon zu lange nicht Also erst zu frisch dazu bekommen Hier mit dem Ausweichen Aber ich muss echt mal Hier beim Zielen Wunder mich warum das nicht funktioniert Ich hatte das doch sonst immer Ein Sport Bruder Hoch Wo müssen wir lang? Da lang Wir gehen wieder oben lang Dann hör Oh diese Blöden Sniper immer Ach sehr toll Ich hab's geahnt Ich wusste Aber der Sniper war auch recht schnell Im Zielen und Schießen Ah ich hätte mich heilen sollen Ich sollte mich öfter heilen Ich weiß nicht warum ich das spare Das lädt sich ja immer auf Naja komm Ach wirklich? Okay Ja dann hab ich halt nochmal ne Chance Komplett Kannst du die Rotor in Bewegung setzen? Wow Bis die Alte rumgefetzt hat Wer hab ich? Ah ich hab nur Ah ich hab sogar nur meinen Ist ja interessant Ist ja interessant Ach Ja aber jetzt also Hey Ah ne Ja man Okay Ja gut dann mach ich's so Ist mir egal Krieg ich auch hin So Dann jetzt aber Meine Lieben Lizzie Eine gute Lizzie Und den Seraph So Dann nehmen wir halt hier irgendwas Komm schon Hier die Maschinenpistole oder was? Eigentlich lieber ein Sturmgewehr Nach wie vor So Genau Mal jetzt das nochmal kurz Wow also die 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 äh Die Level hageln hier nur so rein Ja wobei Hat doch jetzt gut funktioniert hier Ja wobei Wieso geht mein Karrensikov hier nicht? Wieso geht mein Karrensikov hier nicht? Oha Ja Wow 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 Oh 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 Murphy Du bist ne Nolpe Ganz ehrlich Toll Super mit Ansage Junge Sehr gut Oh 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 Wo ist denn hier noch einer? Wo ist denn hier noch einer? Ach da oben? Okay Jetzt So 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 Fährst du Oh 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 Boah, nee Uh, okay Das hat aber auch besser funktioniert als gedacht Ach, verdammt Boah, wo bin ich? Ich sehe nichts mehr Jetzt hier, okay Bruder Hierzu Manu, Mann Wo? Ah, von hinter mir oder was? Oh, diese Scharfschützen, Mann Okay, jetzt wird es aber dann mal wieder Boah Okay, wow Oh, ne Nicht diese doofen Scharfschützen Ach komm, dann rennen wir halt einfach rein Oder? So Noch was? Ne Nichts mehr zu sagen Alles klar Dann darf jetzt Lizzy mal wieder ein bisschen Da aussprechen Die Tür links Die hört sich fertig an Das ist ein Aufzug Aber den benutzen Wir müssen in die Kanalisation Tür ist zu Ich muss Ich brauche eine Sekunde Das mit dem Mainframe Hat dich echt mitgenommen Der Mainframe Das Stadion Ich habe es ziemlich übertrieben Ich habe schon gehört Ah, hier gibt es Siehst du Lohnt sich noch Aber wieder nur Kleidung Na gut Aber immerhin Vielleicht bringt es ja noch was Also so Natürlich nicht Ja Je nachdem Wir schauen nachher mal Folge den Wartungsschacht Die Treppe runter Das heißt hier Folge Kommst du nicht mit? Hallo? Kommst du nicht mit? Ja, geht doch Sind hier nicht Vitamin oder irgendwas Verlegt Gebaut Vor dir sind Leute Das fällt alles Wie lange? Ein paar Tage aus? Scheiße, Mann Wie eine Woche Fuck Dann müssen wir das Scheiß Stab Das sind sie Bitte verschont uns Wir sagen nichts Versprochen Ja, was heißt sagen Ich meine Was soll passieren? Wir werden jetzt abhauen Und dann ist Hansen ist tot Komm, gehen wir Mit deinen leuchten roten Augen Mann, oh Mann Gut Wer ist denn das? Oh Ich vermisse den Skill, dass man aus Drohnen und Robotern immer legendäre Dinger bekommt. Legendäre Komponenten oder irgendwie sowas. Jajaja, ruhig dich. Ich fand, dass das keine Springfallen hier ausliegen in dem Tunnel. Gut. Ja, geh mal halt. Oder was denn? Kann ich mit der noch irgendwas antworten? Ne, mit ihren Augen, Alter. Die Augen sehen so krass aus. Ach, mir ist schwindlig. Das wird nichts. Wird es gleich. Was soll der Schein? Liegt da noch irgendein reicher Schnöselig hier in der Kanalisation oder was? Jetzt weiß ich, wofür der Alarm war. Hätte ich die auch fangen sollen? Ich hoffe, dass hier keiner auf uns losgeht, aber... Ach, gar nicht. Warum bist du dir so sicher? Weil wir nichts gesehen haben. Ah, okay. Gute Entscheidung. Da sind unsere Wagen. Das Auto ist für die. Da wette ich mein Glücksanny drauf. So eine bescheuerte Wette. Also nimmst du sie an? Ach Gott, wie sie humpelt, die Arme. Weh. Hoffentlich hast du auch einen Plan. Wir müssen uns aufteilen, um die Verfolger von der FIA abzuschütteln. Ich kümmere mich um meinen Weg raus aus Night City. Wenn das geklärt ist, melde ich... Ich bin gespannt. Hier wird uns sowas von hintergehen. Und wann? Ich schicke dir die Koordinaten. Warte auf mein Signal und sei vorsichtig. Hey, du auch. Und wie? Danke. Bitte. Muss ich jetzt hier rein? Kann ich nicht einfach mit meinem eigenen Auto abbauen? Und ich muss auch noch selber fahren. Sie hat einen schönen Delamain, oder nicht? Oh, hier ist eine Drohne. Upps. Sorry. Hey, hey, hey. Alles klar. Wo sind wir denn? Hier hinten, okay. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Ja gut. Mal links weg. Wieder in die Zivilisation finden. Ach Gott. So. Arasaka fährt am Horizont. Boah. Sorry. Die Bremsen sind nicht gut genug. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt halt in der Nacht schlafen sollen. Oder einen Tag rumkriegen müssen, oder so. Mach mal den Auftrag noch in der, in der Zeit. Und ich will wieder mein optisches, äh, Ding ins Kirchen. Weiß nicht was. Ja. Achso, das kann ich im Auto, kann ich das Gesicht immer anwenden, oder was? Das ist ein blödes Auto. Das hört sich schon auch wieder Unique an Zu einer Weise, aber Naja Steigen wir mal aus Hören uns den Anruf an hier Oder? Kein Anruf? Hä? Das ist ja doch hoch Muss ich mich verarschen? Ja so Wieder ein Arasaka in das Freepark Ähm Okay, wir schauen gleich mal Hier rein Komisch Dass noch keiner anruft hier Ja, ruf doch an Bis dort rein Darf ich hier rein einfach Wir speichern mal zur Sicherheit Dann Jetzt kriege ich auch keinen Anruf Sehr gut, okay Interessant Die Infos über seinen Erzrivalen Einen Typen namens Bazzi Infos im Angang Jo, danke Dann lass mal sehen Ja okay, also Auf jeden Fall hier rein Ah okay Ich wurde Freunden 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 wurde ich nicht entdeckt Bruder, okay Ja Jetzt auch halt zu wild Wir rennen hier kurz rein So, ich meine Ich will aber Lizzie In jedem Fall Oh, ich weiß mal auf Verdammt Bruder Okay Wenn ich jetzt hier Ja, Raten stehe Ein bisschen schneller Bitte, wenn es geht Man, oh man So Also ich muss dazu sagen Leute Ich hab das gerade schon mal Probiert An dem Punkt Wo ich gespeichert hatte Und musste neu laden Weil Muhammad mir eben Nicht angerufen hat Und ich dann hier Beim Datenstellen Festgehangen bin Drum hab ich neu geladen Und dann hat er mir auch angerufen Jetzt probieren wir Ich bin hier mal Wieder raus Alter Na, kommen wir hier raus Ja Cool Ah Der ist ja zum Glück Auf meiner Seite Alter Okay Wow, wow, wow Der nicht Geil Geil Okay Ich bin Okay, Leute Jo Ich hab hier gerade Ganz kurz mein Dieses Wie heißen Das Ähm Nicht Berser Modus Sondern Oh, oh, oh Wow Die Leute da drin Haben mich gesehen Okay In diesem Berücktheitsmodus Weil ich meine Cyberware Über Oh Weil ich meine Cyberware Über Überladen hab Okay Aber immerhin Hab ich Die Side-Test Jetzt gemacht Und Kann jetzt Wieder gehen Ah ja Das hab ich von Muhammad Bekommen Als Kleine Side-Test Von ihm Nur damit Ihr wisst Weißt Nur damit Ihr weißt Ist Keine schlechte Karin Mir gefällt Sie Blödes Heck Also Komisch Richtig Komisch Aussehen Das Heck Sieht ein bisschen Aus Wie Kit Von Knight Rider Und ja Genau Was hab ich denn hier noch Ja gut Der Muama Der will echt ein bisschen viel Der Muama Der will lang Für einiges Der hat einige Eisen im Feuer Sagen wir mal Ich schau mal Die ganzen Waffen Die ich jetzt hier Hab Die machen wir mal Verwerten wir mal Dann kann ich fürs komplette Ende Scharfschützengewehr Behalten wir mal Die Revolver Hier Das Scharfschützengewehr Mir egal Er ist legendär Den lassen Oh man oh man Prezisionsgewehr Müssen gar nicht sein Ein Revolver Will ich auch mal Behalten Einfach zum Vielleicht mal Wechseln Falls ich mal Bock hab Sollte ich mir Vielleicht meinen Revolver Von meinen legendären Fertigmachen Oder so einen Den hier nehmen Einfach Oder so Tech Revolver Wäre halt geil Das ist einer Hm Sprutflinn Brauche ich nicht Nicht mehr Müll brauche ich auch nicht Smart Pistolen Wie gesagt Der Rest verkaufe ich Okay Wir gehen mal Wir gehen mal Nach Hause Sorry Dass ich jetzt So oft Ins Menü Habe Aber Wie gesagt Wir fahren jetzt Nach Hause Nehmen wir mal Noch einen Tech Revolver Mit Oder sowas Am besten Einer der Modbar ist Wäre ganz cool Und dann schlafen wir Auch eine Runde Und dann müssen wir Eigentlich Songbird anrufen Irgendwann In naher Zukunft Genau Da sitzt immer Johnny Immer noch Okay Interessant So Lager öffnen Tech Revolver Hier der Irgendwann Ich hatte doch irgendeinen Legendären Der dann immer noch Modplätze hatte Oder Oder war das was anderes Power Revolver Oder war das kein Tech Revolver am Ende Power Revolver Power Revolver Das war's ne Und den hier Aber der Der hat halt Keinen Modslot mehr Frei Und dann kann ich Den auch Genauso Bewerten Der macht Einen Haufen Schaden Ich glaube Ich bin Mache ich mir Ready Das lege ich weg Das Einzelschuss Ding Macht mir Kein Spaß Ich habe mit meinen Handwaffen genug Einzelschuss Dinger Hier das benutzt Ich ja gerade Die Tech Machine Pistole Hm Okay Arasaka Modell Die lege ich mal weg Obwohl Ja doch Das sind die Die langsam anfangen Und dann immer schneller Werden Ja die Arasaka Knarre behalte ich Auch mal Ja vielleicht Habe ich sonst noch So ein Stromgewehr Oder so Das nicht Einzelschuss Ist In der Nee Natürlich nicht Na gut Dann halt mal so Mr. Hans Darf ich dir Ein Rat geben Wie Sehr vorsichtig Vor allem jetzt Nach dem unerwartenden Tode ihres Herren Werden Hans und Squid Er sich gegenseitig An die Kehle gehen Und dabei auch Jeden Außenseite Zerfleischen Der ihnen in die Quere kommt Okay Ja danke Mr. Hans So Wir machen aber Jetzt mal Hier Stealth Brauch ich gerade nicht mehr Wir nehmen Ah Ja der hat natürlich Auch keinen Hm Ist ja in Ordnung Das passt mal Vielleicht Sollten wir mal ausprobieren Aber Kriege ich jetzt noch Habe ich Aufträge von Hans Kriegt Oder Nee Wie komme ich die noch Weil Also wenn Dann würde ich die Zuerst noch machen Wir pennen mal eine Runde War anstrengend Die letzten 240 Tage Johnny guckt mir ein bisschen zu 20 2 4 5 5 10 15